Wenn der Cage schließt hinter mir, dann blende ich alles andere auf. Ich bin spektakulär, die Kämpfe abliefern. Das Team Stolzfuß! Deutschland, glaubt ihr endlich an mich? Ich weiß, was seine Stärken sind, weil natürlich auch was seine Schwächen sind. Und darauf baue ich dann alles immer auf. Ich will als Sieger rausgehen, das ist für mich das Wichtigste, das ist mein Ziel.